Mission? Ja, fand ich schon immer spannend, aber ich ein Missionar? Okay, ja, schon. Irgendwann. Momentan habe ich noch genug anderes zu tun. Außerdem bin ich nicht der super geistliche Typ, an dessen Lippen alle kleben, sobald er den Mund aufmacht. Ich habe noch Ziele. Zumindest den nächsten Schritt vor Augen. Und die eine oder andere Baustelle in meinem Leben gibt es auch noch. Aber irgendwann, ja, irgendwann gehe ich. Ganz sicher. Ja, ja, schreib uns irgendwann.